Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe euch vor ein paar Wochen ein Get Ready With Me aufgenommen. Das ist mittlerweile mein Alltagslook an Get Ready With Me. So schminke ich mich wirklich immer und ich liebe es. Also Base Routine kennt ihr ja schon von mir. Ich nehme meistens immer eine Creme, darüber einen Primer. Manchmal aber auch dieses Gelige, das ist von NYX. Honey Dew Me Up oder so heißt das. Und darüber immer so einen Pornverfeindenden Primer. Den trage ich immer ganz gerne gerade an den Seiten neben meiner Nase auf, am Kinn und stöne ein bisschen. Meine Foundation ist die Serum Foundation von Perfect Match. Die liebe ich in der Farbe 2-3 hell. Absolute Lieblingsfoundation. Die ist nicht zu schwer auf der Haut, deckt aber so, wie ich es mag, ab. Also wirklich perfekt und mit Concealer kriege ich den Rest dann noch super ausgeglichen. Aber dennoch sieht man noch das eigene Hautbild so ein bisschen durch. Klar, mit Puder Concealer, wie ich das Ganze mache, dann nicht mehr. Aber ich liebe das so. Also von den Schritten her bin ich wirklich richtig happy, wie ich es mir mittlerweile alles so eingeflößt habe, wenn man das so sagen kann. Und das ist halt wirklich, wie ich es immer mache. Also da ändert sich auch nichts dran. Das ist momentan meine absolute Lieblings-Make-Up-Routine. Und das sind halt meine liebsten Produkte. Den Augenlöscher von Maybelline, sage ich euch ehrlich, Leute, liebe ich. Aber ich sehe es nicht ein, mir einmal oder einmal alle anderthalb Monate 10 Euro für einen Concealer auszugeben. Ich weiß, dass es Leute gibt, die auch 30 Euro für einen Concealer ausgeben. Aber bei der Menge, die ich an Concealer benutze, also bei mir hält das wirklich, wenn ich mich fast jeden Tag fertig mache, ungefähr einen Monat. Nicht mal. Und dafür sehe ich das halt echt nicht ein. Also, nee, nee, nee. Ich werde mich auch in nächster Zeit wieder mehr fertig machen, gerade wenn ich den Umzug hinter mich gebracht habe. Aber für die Menge, die ich benutze, macht das halt wirklich gar keinen Sinn. Den arbeite ich mir auch gefühlt überall im Gesicht ein. Und danach kommt auch schon mein Puder. Da benutze ich das Revolution Translucent Puder. Das liebe ich auch über alles. Super Puder. Ich weiß nicht, ob ich mich bei Puder nicht nochmal ein bisschen ausprobieren will. Schauen wir mal. Aber momentan bin ich damit wirklich in love. Meine Kaya-Palette, ich habe mir auch eine andere Kaya-Palette zugelegt. Die sieht genauso aus wie die von Jasmina Sisam. Nur, dass es halt nicht die Limited Edition ist, sondern die Standard Edition. Die ist von den Farben her fast gleich. Nicht so ganz. Also, die ist nicht ganz so orange-stichig. Aber die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und sobald die von Jasmina Sisam zu Ende geht, werde ich dann zu der anderen umstellen. Die benutze ich wirklich sehr, sehr gerne. Damit konturiere ich mein Gesicht. Und ich mag den Ton von der Palette wirklich richtig, richtig gerne. Dann kommt mein Rouge. Und das ist, glaube ich, das einzige Produkt, wobei ich immer mal ein bisschen switche. Entweder benutze ich da das Rouge von Nabla. Wie war der Ton nochmal? Irgendwas mit A. Mir fällt der Ton gerade nicht ein. Aber irgendwas mit A war es. Das ist so ein Glitzerblush. Auch so ein bisschen Peachy-Groset. Dann habe ich einen von Essence. Der war aus einer Limited Edition. Auch sehr, sehr schön. Oder, welchen benutze ich noch gerne? Den aus der Jasmina Sisam-Palette. Dieser orange-stichige. Der ist mir aber meistens zu hell. Den mixe ich gerne. Und dann habe ich noch einmal so einen. Der ist in der Herzverpackung. Von Revolution war das, glaube ich. Der ist auch ganz schön. Also zwischen diesen switche ich immer so ein bisschen, wie gerade mein Mood ist. Aber im Endeffekt sehen die alle gleich aus, weil in allen sehr, sehr viel Glitzer drin ist, was ich sehr liebe. Dann benutze ich, wie ihr hier gerade seht, meine Anastasia Beverly Hills Brow Pomade in Medium Brown. Ich glaube, es war Medium Brown. Oder Dark Brown. Aber ich glaube, Dark Brown war es nicht. Ich glaube, es war Medium Brown. Mag ich sehr, sehr gerne. Aber damit es nicht ganz so aschig ist, nehme ich mir aus der Jasmina Sisam-Palette gleich den Bronzer. Trag mir das aus dem Pinsel auf und arbeite mir das ein. Und ja, blende das Ganze da mit so einem Pinsel leicht aus. Das macht die Augenbrauen dann so ein bisschen wärmer. Das könnt ihr aber auch mit jeglichem Lidschatten machen. Ich wollte mich da auch mal ein bisschen durchprobieren. Aber ich habe das den einen Tag mit der Palette gemacht. Und das hat so gut für mich funktioniert, dass ich das seitdem immer mache. Manchmal vergesse ich es auch. Aber das merke ich immer direkt. Ich mag das nicht, wenn meine Augenbrauen zu aschig sind. Und deswegen gehe ich halt, wie gesagt, mit dem Ton dann so leicht drüber. Ich weiß gar nicht, ob ich euch... Doch, ich habe das euch aufgenommen. Aber ich glaube, ich zeige nicht, dass ich vorher in die Palette reindippe. Und ausbessern tue ich immer mit dem Liquid Camouflage Concealer von Catrice in der Farbe 020. Hier seht ihr das. Also da gehe ich in die Palette rein, trage mir den Ton ein bisschen auf, damit die Augenbrauen ein bisschen wärmer wirken. Und ich finde, der Effekt ist wirklich toll. Dann arbeite ich mit meiner liebsten Palette. Boah, ich habe es heute mit den Namen, Leute. Ich habe so lange keine Make-Up-Tutorials mehr gedreht, wo ich euch die Produkte nenne, dass ich gerade echt komplett durcheinander komme. Von die Cosmetic ist das die Palette, diese Nude-Palette. Und ich liebe die. Die ist wirklich toll. Benutze ich sehr, sehr gerne. Es gibt immer so drei, vier verschiedene Töne, die ich davon gerne benutze. Und ja, die arbeite ich mir einfach auf mein ganzes bewegliches Lid. Wenn ich mal richtig faul bin und gar keine Zeit habe, benutze ich einfach den Bronzer aus der Kaya-Palette. Und gebe den mir komplett über mein bewegliches Lid unten drunter ein bisschen an die untere Wasserlinie. Und an den unteren Wimperkranz. Und ja. Leute, ich bin so aufgeregt. Wir fliegen einfach in den Urlaub. Ich habe euch das noch gar nicht erzählt. Aber wir fliegen in den Urlaub. Und ich werde euch das auch vloggen. Wohin es geht, werdet ihr dann auch alles erfahren. Deswegen, ich bin momentan so ein bisschen out of order. Aber ich freue mich dafür umso mehr. Ja, den dunklen Ton arbeite ich mir ganz hinten rein. Also ich mag das sehr, sehr gerne, wenn ich in meiner Lidfalte so ein bisschen dunkler arbeite. Aber nur im hinteren Drittel. Und unter dem Auge auch im hinteren Drittel. Und so, ja, blende ich mir das Stück für Stück so aus, wie ich es gerne hätte. Das ist auch eigentlich das Einzige, was ich an meinen Augen gerne trage momentan. Also ich bin, was meine Augen angeht, sehr langweilig geworden. Und wie gesagt, entweder ein kompletter Ton auf mein ganzes bewegliches Lid oder das. Ich wollte mal gucken, dass ich so wieder ein bisschen Schimmer vielleicht zwischendurch auftrage. Aber das mache ich auch super selten. Also das ist wirklich meine komplette Alltagsroutine. Dann benutze ich einen braunen Kajal, mit dem ich mir einen Eyeliner vorzeichne. Und den benutze ich auch an meinem oberen Wimpernkranz. Einfach, dass meine Wimpies ein bisschen voller aussehen. Da switche ich entweder, dass ich nur einen braunen Eyeliner benutze, wie ich es, glaube ich, hier mache, beziehungsweise Kajal. Und manchmal gehe ich auch noch mit einem schwarzen Eyeliner drüber. Das ist aber bei mir wirklich tagesformabhängig. Das sind so die zwei Varianten. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit ich habe oder wie viel Lust ich gerade darauf habe. Aber in letzter Zeit benutze ich wirklich gerne einen schwarzen Kajal drüber. Wichtig ist für mich immer, dass ich erst einen braunen Kajal nehme, dann den Eyeliner, damit ich halt wirklich, falls ich verpatze, das noch ein bisschen retten kann. Wimpernzange auch sehr wichtig. Da benutze ich die von Catrice. Die liebe ich. Ich habe davon zwei. Ich müsste die nur mal einweichen und komplett sauber machen, weil bei mir klebt halt ein bisschen was am Make-up drin. Und an Mascara benutze ich die Volume Million Lashes Mascara in Waterproof. Meistens dann die Isle of Extreme Mascara. Hier benutze ich gerade die Isle of Extreme Mascara in Waterproof und darüber diese andere von Essence. Die andere benutze ich gerne am unteren Wimpernkranz, aber eigentlich benutze ich wirklich immer diese Volume Million Lashes Mascara und die Isle of Extreme. Und unten halt diese hellblaue. Ich weiß gerade den Namen davon gar nicht. Die habe ich aber auch noch nicht so lange. Ja, die schichte ich immer ganz gut und trage mir das so auf, wie ich es mag. Mir ist immer besonders wichtig, dass vorne die Wimpern gut aussehen, weil ich hinten nämlich meine eigenen Lashes wie immer auftrage. Und ich werde die gleich ganz zum Schluss auftragen, falls ihr aber jetzt schon wissen wollt, welche Lashes ich auftrage. Ich trage die Natural Lashes von meiner Seite auf von nessabrowsshop.de. Die Seite findet ihr auch unten in der Videobeschreibung immer verlinkt und die habe ich in der Hälfte durchgeschnitten und die trage ich mir hinten auf. Kleiner Tipp von mir nebenbei, wenn ihr eure Wimpern in der Hälfte durchtrennt und euch die nicht ganz so genug nach oben gehen, legt die einfach einmal zwischen der Wimpernzange und drückt ganz leicht zu. Dann sind die nämlich ein bisschen besser vom Schwung her. So habe ich das in letzter Zeit auch immer gemacht. Ja, kommt aber darauf an, was für einen Look ihr haben wollt. Am Anfang hat mir das auch gereicht, wenn ich die so getragen habe, wie die halt bei mir aus der Verpackung kommen. Aber wenn ihr das so ein bisschen schwunghafter haben wollt, ist es immer ganz gut, wenn ihr dann wirklich eine Wimpernzange nehmt und euch die einmal leicht nach oben biegt, dann sind die auch ein bisschen mehr geschwungen. Das ist übrigens auch ein guter Tipp allgemein für Lashes. Also egal von welcher Seite ihr Lashes bezieht, wenn die euch nicht genug Schwung haben, einfach in eine Wimpernzange legen und kurz andrücken. Könnt ihr auch machen, wenn es am Auge ist. Ich mag es immer, das lieber zu machen, dass ich die einzeln reinlege, damit ich so ein bisschen mehr Kontrolle darüber habe, wie fest ich drücke. Weil am Auge ist es dann doch ein bisschen mehr mit Druck verbunden. Falls ihr noch mal ein Video haben wollt, wie ich meine Wimpern style, bearbeite, wie ich das mache, was ich gerade erklärt habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich dazu mal ein Video machen. Ich glaube, das könnte auch ganz interessant sein. An Lip Liner benutze ich den Nabla Lip Liner in der 04. Das ist mein absoluter Favorit. Ich sollte den mal nehmen und in die Drogerie gehen und mir dazu einen Dupe suchen, weil der ist schon relativ hochpreisig für einen Lip Liner. Ich bin allgemein so daher, dass ich sehr, sehr viel an Produkten benutze. Ich mag das gar nicht zu viel, dann für Make-up auszugeben. Also bei manchen Produkten sehe ich es ein, wenn die Ewigkeiten halten, aber wie ein Concealer für einen Monat. 10 Euro sehe ich halt gar nicht ein, wenn ich einen anderen Concealer zum Beispiel von Catrice da nehmen kann, der mich 3 Euro kostet, der mir dann genauso lange hält. Genauso wie bei Lip Liner. Aber ich muss sagen, die Farbe ist halt einfach mein absoluter Favorit. Und den habe ich mir nämlich auch schon einmal nachgeholt. Der hat mir nämlich schon ganz gut gehalten. Dann benutze ich die Farbe Kairo von NYX da drüber und blende mir das Ganze ein bisschen aus. Die Lippen-Kombi seht ihr immer an mir. Manchmal benutze ich noch einen Lipgloss drüber oder eine Lippenpflege, damit das Ganze ein bisschen glossy bleibt. Aber an sich ist das immer meine Lippen-Kombi. An Highlighter benutze ich auch wie immer die Nabla Highlighter in Amnesia und Ozon. Die beiden mische ich immer ganz gerne. Ich liebe die beiden. Und das ist so meine Highlighter-Kombi. Auch im inneren Augenwinkel. Manchmal benutze ich da aber auch das Glitzer aus der Nude D Cosmetics Palette. Und das mixe ich mir halt einfach so ein bisschen zusammen. Unter den Augenbrauen mache ich manchmal auch nicht immer. Also das ist immer unterschiedlich, wie ich da gerade motiviert zu bin. Man sieht, ich höre Musik und ich fühle die Musik. Leute, ich liebe es einfach Musik, wenn ich mich fertig mache zu hören. Da seht ihr das nochmal, die Wimpern in Natural. Ich trage die halt hinten auf. Ich weiß gar nicht, ob die in dem Video... In dem Video waren die, glaube ich, noch gar nicht nach oben gebogen. Mittlerweile habe ich sie gebogen. Ich werde euch mal den Unterschied dann zeigen, wie es gebogen und wie es ungebogen aussieht, damit ihr da auch den Unterschied seht. Und ja, ihr Mäuse, ich würde sagen, das war es mit meinem Alltags-Make-up. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war hilfreich. Und ich drücke euch ganz dolle und würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Fixing Spray nicht vergessen und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.